Wuh! Megafon! Everest, bitte planiere die Snowboard-Piste. Ich lege los. Rubble, du gehst mit Everest und baust die Buckel und Sprungschanzen. Rubble, bau die Buckel und die Sprungschanzen. Danke, Chase. Chase, markiere die Strecke mit Verkehrskegeln. Chase, markiere die Strecke mit... Verstanden, Ryder. Jake und ich fahren vor, damit ihr wisst, wo ihr planieren und markieren müsst. Jahu! Juhu! Juhu! Rubble macht das Rucki-Zucki! Oh, oh, stopp! Hinter diesen Bäumen befindet sich eine steile Felswand. Die neue Piste darf nicht zu dicht daran vorbeiführen. Hast du gehört, Chase? Du weißt, was zu tun ist. Schon verstanden. Gut gemacht, Fellfreunde. Jetzt kann der total abgefahrene Snowboard-Wettbewerb anfangen. Ruff, ruff! Lege los, Fellfreunde! Juhu! Juhu! Keine Angst, ich fahre mit dir. Wirklich? Danke, Chase. Los, Fellfreunde! Los, Katastrophen-Kätzchen-Crew! Und wenn ihr ihr verliert... Auf die Plätze, fertig und los! Juhu! Ruff, ruff! Und sie fliegen die Piste runter. Everest und Rubble liegen in Führung. Juhu! Großartig! Los, Fellfreunde! Ihr macht das toll! Ja! Ihr wisst, was zu tun ist, Katastrophen-Kätzchen-Crew! Oh, 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 oh! Ah! Da! Juhu! Abgefahren! Juhu! Oh nein, Ryder! Die Kätzchen sind vom Kurs abgekommen. Sie fahren auf die tiefe Schlucht zu. Verstanden, Skye. Rubble, Everest, Chase. Ryder! Die Katastrophen-Kätzchen fahren direkt auf die Schlucht zu. Sie brauchen Hilfe. Ich bin unterwegs. Wir fahren sofort hin. Snowboard! Wurfanker! Lass mich runter und auf mein Kommando hochziehen. Geht klar! Noch ein bisschen. Hab sie! Los, Everest, zieh uns hoch! Düsen wir los! Hurra! Großartig! Glück gehabt, Kätzchen, dass Everest und die Paw Patrol wegen des Wettbewerbs in der Nähe waren. Wo seid ihr denn alle abgeblieben? Ich bin schon lange im Ziel. Hey Kätzchen, wenn ihr wieder mal unsere Hilfe braucht, gebt laut oder miaut einfach. Ja dann, danke schön oder sowas. Gehen wir Kätzchen und zwar auf die Piste. Ihr müsst üben. Wer hat Lust auf noch eine Abfahrt? Wuuhu! Ruhu! Ja! Ja, nochmal! Ja! 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 Ich liebe den Geschmack von fliegenden Fleischbällchen. Gut gefangen, Zuma. Wer ist der Nächste? Ich. Ich brauche ein paar Flugstunden. Und die Menge flippt raus. Ich bin dran, ich bin dran. Der ist für dich, Marshall. Ups. Puh, danke, Ryder. Du bekommst eine Eins für Einsatz, Marshall. Ich versuch's gleich noch mal. Viel Spaß, Fellfreunde. Hallo, Jake. Was hast du denn? Ryder, Paw Patrol, alte Hütte, Geist. Ein Geist? Wirklich? Ich hab's erst nicht geglaubt, aber dann und jetzt. Ich glaube, es gibt ihn wirklich, Ryder. Ein Notfall wegen eines Geists? Wir sind gleich bei dir. Kein Job ist zu groß, kein Hund zu klein. Hallo? Wohnt hier drinnen ein Geist? Vielleicht ist er beschäftigt. Gehen wir dieser Sache auf den Grund. Tut mir leid. Es ist nur mein knurrender Magen. Hier riecht es nicht nach Geist. Wie riecht denn ein Geist? Na, gruselig. Tuff. Rubble? Wo ist er hin? Der Geist hat ihn erwischt. Ryder, Rubble ist noch da. Aber er ist nicht allein. Nicht allein? Ryder! Jaul weiter, Rubble. Wir kommen. Ich warte hier. Schnell! Oh nein. Ryder! Es klingt, als wäre Rubble hinter dieser Wand. Hm, aha. Ryder, Hilfe! Ich meine, ich hatte keine Angst. Keine Sorge, Rubble. Oh, ein geheimes Zimmer. Cool. Hä? Was ist das? Ich vermute, das sind... ...Mäuse. Das erklärt dein verschwundenes Mittagessen. Da, die bringen die Bilder zum Schaukeln. Und die Mäuse lassen das Licht flackern. Und die Geheimtür haben sie auch geöffnet. Ich wusste die ganze Zeit, dass es kein Geist ist. Ich frage mich, wovor ihr solche Angst hatte. Also, gibt's hier gar keinen Geist? Nein, ich seh da nur Mäuse. Und zwar jede Menge davon. Hey, ihr kitzelt mich an den Pfoten. Das war das letzte Mauseloch. Jetzt gibt's kein Geist mehr, Jake. Puh, zum Glück ist der Spuk vorbei. Oh, aber Ryder, die armen kleinen Mäuschen. Diese Hütte ist ihr Zuhause. Ich glaube, da fällt uns was ein, stimmt's, Fellfreunde? Juhu! Fertig ist das neue Mäusehaus. Und hier kommt das letzte Detail. Sie lieben ihren neuen Erdnussautomaten. Danke, Ryder. Wenn du uns brauchst, reicht ein Buh laut aus. Ryder, dürfen wir heute Nacht neben der Hütte zelten? So wie die Goldgräber früher. Natürlich dürft ihr so brav wie ihr gewesen seid. Schade, dass es kein Geist war. Ich sag doch schon die ganze Zeit, dass es keine Geister gibt. Ein Geist! Ehrlich gesagt, war das mein Magen. Ich hatte immer noch kein Mittagessen. Hier für dich, Rubble, weil du so tapfer warst. Aber jetzt! Diesmal krieg ich dich. Du kannst besser hüpfen, als dich verstecken. Im Verstecken bist du aber auch gut. Smiley! Smiley! Diesmal entwischst du mir nicht. Ausgedrückst mit Leckerlis. Nein, Smiley, nicht die Rutsche runter! Smiley! Fahrportral! Nein! 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 Hubschrauber gesichtet, Ryder. Gut gemacht, Sky. Aufpassen, Leute! Wo ist mein Hubschrauber? Ich sehe es, Miley. Er fliegt auf die Mitte der Brücke zu. Wir fahren hin. Schön vorsichtig, Smiley. Ryder, ich habe es geschafft. Super, Sky. Gerade noch rechtzeitig. Oh nein, ich sehe nichts mehr. Zieh hoch, schnell! Abdrehen! Juhu! Sie hat es geschafft. Das wusste ich. Oh ja, das ist die richtige Stelle. Sie konnte dem Leuchtturm ausweichen. Ja, Sky! Juhu! Der nächste Wettbewerber ist Alex mit seinem Frosch Hoppla Hopp! Ja, Hoppla Hopp! Los, Hoppla Hopp! Ryder, wird Sky es rechtzeitig schaffen? Smiley ist der Nächste. Bleib ruhig, Marshall. Ich frage Sky. Sky, Smiley ist der Nächste. Habe verstanden. Also gut, Smiley. Keine Mätzchen mehr. Platz! So ist es brav. Wir sind auf dem Weg. Verstanden. Wir sehen uns dort. Chase, fahren wir. Sehen wir, Smiley, beim Hüpfen zu. Wuhu! Sei brav, Smiley. Wir sind fast da. Nicht. Ich sagte brav. Sitz, Platz, aus. Ryder, er sitzt auf der Tragfläche. Ich habe Angst, dass er gleich hüpft. Flieg so tief, wie du kannst, Sky. Chase, bleib unter dem Hubschrauber. Er ist gesprungen. Gut gemacht, Sky. Ein klarer Fall für Chase. Wuhu! Wuhu! Megafon! Die Straße frei halten. Das ist ein Notfall. Wettbewerbteilnehmer an Bord. Smiley! Ich fürchte, so ein Hubschrauberflug macht einen Frosch ziemlich müde. Und der nächste Teilnehmer ist Maschelsfrosch Smiley. Ja! Los, Smiley! Los, Smiley! Du musst jetzt hüpfen. Wach auf! Es wird Zeit. Heute? Chase, Megafon! Wuhu! Megafon! Wuhu! 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 Super Spruch! Wuhu! Das war wirklich weit. Und der Gewinner ist... Smiley! Wuhu! Wuhu! Smiley hat gewonnen! Danke, Fellfreunde! Danke, Ryder! Der immer uns braucht, gibt einfach nur ein... ...Quark laut von sich! Smiley, du hast gewonnen! Du kannst jetzt mit dem Hüpfen aufhören! Oh nein! Nicht schon wieder! Dem Frosch hinterher! Ach, wie niedlich ein fahrender Frosch! Wartet! Was? Dann passt mal auf! Netter Schmetterballmarschel! Oh nein! Tut mir leid, Fellfreunde! Ich hole ihn! Hey, Fellfreunde! Eine neue Folge von Apollo, der Superfellfreund geht gleich los! Wuhu! Wuhu! Es ist wieder Zeit für Apollo, der Superfellfreund! Ich hab den Ball, Freunde! Freunde? Unglaublich, was er da wieder gemacht hat! Der macht immer alles falsch! Das hat einen Unterbruch! Der kann echt nichts richtig machen! Es stimmt! Ich kann nichts richtig machen! Vielleicht braucht die Paw Patrol eine Pause von mir! Mach's gut, Paw Patrol! Marshall! Hier spricht Ryder! Was hast du denn vor? Hallo, Ryder! Ich mache eine Paw Patrol Pause! Ich vermassel den Fellfreunden all ihre Spiele! Ich möchte niemandem mehr Probleme machen! Hä? Marshall! Ende! Marshall! Das stimmt was nicht! Marshall glaubt, ihr wollt ihn nicht mehr bei euch haben! Was? Das stimmt nicht! Wir müssen ihn finden und nach Hause holen! Kein Job ist zu groß, kein Hund zu klein! Ryder! Ich habe Marshalls Feuerwehrwagen auf einem Waldweg entdeckt! Gut gemacht, Sky! Siehst du Marshall irgendwo? Nein, ich sehe nur seinen Wagen! Chase! Fahr bitte zu Sky und versuch Marshall mit deiner Flugdrohne aufzuspüren! Ein klarer Fall für Pfotenagent Chase! Hä? Ich hab dich gefunden! Das habe ich zumindest gedacht! Flugdrohnenmonitor! Uh! Flugdrohne los! Hä? Was summt denn hier so komisch? Immer diese blöden Mücken! Gute Arbeit, Flugdrohne! Ryder, ich habe ihn gefunden! Gut gemacht, Chase! Da bist du ja, Häschenfreund! Ist das dein Zuhause? Oh! Du hast ja Kinder! Nicht, bleib hier! Oh! Alles in Ordnung bei euch! Oh nein, ihr seid gefangen! Augenblick! Ich schaff das nicht allein! Ryder, hier spricht Marshall! Ich brauche dich und die Paw Patrol und zwar schnell! Schon da, Marshall! Chase, was machst du denn hier? Alle sind auf der Suche nach dir, Marshall! Sicherungsleine einziehen! Ryder, Rubble! Ihr kommt gerade rechtzeitig! Ein Baum wurde vom Blitz getroffen und ist auf einen Häschenbau gestürzt! Eins der Häschen ist in den Wald gelaufen! Die anderen sitzen unter dem Baum fest! Chase, such das entlaufende Häschen! Rubble, hol deinen Baggerlader! Marshall, der Baumstamm schwelt noch! Du weißt, was du zu tun hast! Ich kann's kaum erwarten! Ruff, ruff! Wasserkanone! Gut gemacht, Marshall! Rubble, bitte heb den Baum jetzt an! Rubble, mach das rucki-zucki! Kommt heraus, Häschen! Euch kann nichts mehr passieren! Alles in Ordnung, Kleiner? Wieso bist du denn weggelaufen, Marshall? Weil ich immer alles falsch mache! Sogar beim Volleyball spielen! Ich hab gehört, wie ihr mich alle ausgelacht habt! Nicht so! Wir meinten doch nicht dich, sondern den tollpatschigen Bösewicht bei Apollo, der Superfellfreund! Die Paw Patrol wäre doch ohne dich gar nicht die Paw Patrol, Marshall! Ein Hoch auf Marshall! Ihr seid die besten Fellfreunde, die es gibt! Du schuldest uns übrigens einen neuen Volleyball! Was? Oh! Hallo, Bürgermeisterin Goodway! Ryder, die Feuerwerkslieferung ist ein absolutes Desaster! Anstatt O und A haben wir jetzt Oink! Sechs Ferkel, um genau zu sein, und sie laufen hier wie wild umher! Keine Sorge, Frau Bürgermeisterin! Die Paw Patrol fängt die Ferkel ein und findet das Feuerwerk! Kein Job ist zu groß, kein Hund zu klein! Ein Hangtaschenferkel? Komm zurück, du süsses Ferkel! Uh, nett! Oh, Frau Bürgermeisterin! Oh, Frau Bürgermeisterin! Nun, mich hast du erwischt! Haltet das Ferkelchen! Oh! 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 Ich hab' es! Oh, hier für dich! Nur nicht Chicaletto sagen, sie wäre schrecklich eifersüchtig! Oh, yeah! Zwei haben wir, vier fehlen noch! Braver, Junge! Oh! Chase! Am Strand stecken zwei Ferkel in einem Badetuch! Ferkel in einem Badetuch? Das will ich sehen! Hä? Du bist kein Baby! Du bist ein Ferkelchen! Hä? Hä? Oh! Juhu! Hier unten! Operation fliegendes Ferkel! Hallo! Hallo, du süßer Ferkelstrass! ... Und hier kommt Ferkel Nummer vier! Miep, miep, miep! Hier habt ihr etwas Mais, ihr süßen kleinen Schweinchen! Na na! Keine Eifersucht, Chicaletta! Zwei Ferkel laufen noch frei herum, Chase! Wir müssen sie finden und die Feuerwerkskörper! Wir finden sie! Katie, hast du denn heute noch andere Pakete bekommen? Ja, das. Die Feuerwerkskörper. Wir haben sie gefunden. Perfekt. Komm mit, Marshal. Zwei fehlen noch. Wo stecken die nur? Ryder, ich hab eins, aber es ist auf dem Wasser. Ich brauch deine Hilfe. Ich bin schon unterwegs. Marshal, bring das Feuerwerk zu Captain Turbitt. Ich werde Chase helfen. Kein Problem. Rettungsweste aktivieren. Komm her, kleines Ferkel. Okay, Chase. Du bist dran. Nütz. Gut gemacht, Chase. Danke. Aber ein Ferkel fehlt uns immer noch. Das ist es. Frau Bürgermeisterin, haben Sie noch Maiskolben? Oh, meine ganze Handtasche ist voll davon. Chase, kannst du das Ferkel zum Essen rufen? Megafon. Komm schnell her, kleines Ferkelchen. Gut gemacht, Chase. Das Feuerwerk beginnt jeden Moment. Wie sollen wir die Ferkelfeuer nach Hause bringen? Ich habe eine Idee. Kille, 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 Kille. Danke, Ryder. Du und die Paw Patrol, ihr habt das Sommerpicknick gerettet. Wer immer uns braucht, quiekt einfach nur laut. Ist es Zeit für das Feuerwerk? Ich denke schon. Fünf, vier, drei, zwei, eins. Ja. Wunderschön. Oh, Ryder. Danke, dass ihr gekommen seid. Wenn wir die Bühne nicht wieder in Ordnung bringen, fällt das Luke-Stars-Konzert aus. Keine Sorge, Frau Bürgermeisterin. Das Konzert wird stattfinden. Chase, sichere den Arbeitsbereich. Ein klarer Fall für Chase. Rocky, schnapp dir die Sitzbretter und baue den Zuschauerbereich wieder auf. Gett gemacht, Ryder. Rubble, befestige die runtergefallenen Scheinwerfer wieder an der Bühne. Bin schon dabei, Ryder. Ruff, Kran. Und jetzt wieder hoch mit dem Banner. Leg los, Rubble. Ruff, ruff, ruff. Ja, die Paw Patrol rockt. Wow. Ich schätze, über die Brücke fährt heute keiner mehr. Oh, du meine Güte, er ist es. Hallo, Fan. Hier ist dein Nummer eins, Luke. Ich meine, äh, hi, Luke. Hier ist deine Nummer eins, Bürgermeisterin. Ah, ich meine... Hallo, Frau Bürgermeisterin. Ich habe ein kleines Problemo. Oh nein. Was für ein Problemo? Ich meine, welches Problem? Wie ich hier rüberkommen soll. Der Sturm hat die Brücke zerstört. Oh je. Die Brücke ist ein Totalschaden, Ryder. Du und die Paw Patrol müssen etwas tun. Warte dort, Luke. Die Paw Patrol ist auf dem Weg. Ryder, du musst das Konzert unbedingt retten. Ich kümmere mich darum, Rubble. Sky, Zuma, wir treffen uns an der alten Brücke. Der Sturm hat sie zerstört. Jetzt müssen wir Luke und seine Ausrüstung über den Fluss bringen. Verstanden, Ryder. Diese Booten haben Flügel. Volle Kraft voraus. Und Marshall? Komm doch bitte zur Bühne und hilf beim Aufräumen. Ich kann es kaum erwarten. Ryder! Hallo, Luke. Wir bringen dich in Nullkommanichts rüber. Luke Stars. Hilfst persönlich. Und wir dürfen ihn retten. Sky, bereite das Rettungskabel vor. Habe verstanden. Und Zuma, wir transportieren Lukes Ausrüstung mit deinem Schlauchboot. Auf die Plätze. Fertig, Zuma. Schraubendreher. Gut gemacht, Rocky. Wir schaffen es genau rechtzeitig. Ryder, die Bühne ist fast fertig. Was macht unser Star? Wir bringen gerade alles über den Fluss. Es sollte nicht mehr lange dauern. Großartig. Dann bis gleich. Fertig, Sky. Dann geht es los. Zuma, halte das Schlauchboot bereit. Da kommt Lukes Ausrüstung. Verstanden, Ryder. Ja. Ich habe es. Ich habe es geschafft. Alles klar, Luke. Jetzt bist du dran. Kannst kaum erwarten. Danke, Sky. Jetzt müssen wir Lukes nur noch zu seinem Konzert bringen. Oh je. Alle warten auf das Konzert. Ryder, wann kommt ihr denn? Wir sind gleich da. Keine Sorge. Wenn Chicaletta doch nur ihren Hühnertanz geübt hätte. Sie hätte alle unterhalten können. Keine Sorge. Ich weiß, was zu tun ist, bis Ryder und Luke hier sind. Hallo, liebe Freunde. Luke Stars wird gleich hier sein. Aber bis dahin, einen riesigen Applaus für Rubble und die Paw Patrol Band. Ein Hund wie ich mag, ne Hund wie dich. Was immer du willst, das ist auch das Ding für mich. Ich höre dich bellen, ich warte auf dich. Ein Hund wie du ist ein Hund für mich. Ein Hund wie ich. Ein Hund wie ich. Ja, ich platz vor Stolz. Wir sind ein gutes Team. Ein Hund wie ich. Der glücklichste Fellfreund, den es gibt. Danke, dass ihr gekommen seid. Kein Problem. Rocky, kannst du das Stinktier bitte ein paar Minuten ablenken? Und ob ich das kann? Erdnussautomat. Wie wollt ihr mich hier rausholen, Ryder? Ich bin ziemlich eingeklemmt. Wir haken sie an Chase Seilwinde fest, dann wird er ziehen und wir kriegen ihren... Rumpf? Ja, ihren Rumpf frei. Bereit? Ein klarer Fall für Chase. Seilwinde. Los geht's, Chase. Verstanden. Oh nein, das Stinktier kommt zurück. Oh oh. Chase, ich komme. Netsch. Entschuldige, Kleines Stinktier. Alles in Ordnung, Opa? Ich bin frei. Juhu. Mein Rumpf steckt nicht mehr im Stumpf. Mein Rumpf steckt nicht mehr im Stumpf. Danke, Ryder. Danke, Fellfreunde. Oh oh. Hallo, Frau Bürgermeisterin. Hallo, Ryder. Wie läuft die Rettungsaktion? Alles erledigt. Oh oh. Einen Moment, bitte. Hallo, Captain Turbitt. Ryder. Wally muss festsitzen. Für ein Glas Tintenfischgelee kommt er sonst sofort. Aber diesmal ist er nicht in Sicht. Wir sind schon unterwegs, Captain. Lass mich haten. Noch ein Notfall? Leider ja. Viel Glück, Ryder. Sky, bitte komm mit deinem Hubschrauber zu Captain Turbitts Insel. Wally sitzt irgendwo fest. Diese Pfoten haben Spiegel. Zuma, bitte komm mit deinem Luftkissenboot, damit wir Wally in Sicherheit bringen können. Volle Kraft voraus. Ryder. Ich sehe Wally. Keine Angst, Wally. Wir werden dich befreien. So, das hätten wir, mein Großer. Zuma, kannst du deinen Rettungsring zu Wally werfen? Rettungsring. Toll gefangen. Und jetzt halt ihn gut fest. Schön langsam, Zuma. Noch ein bisschen. Oh, immer langsam, mein Großer. Gut gemacht, Zuma. Mein lieber Wally, das ist für dich. Hallo, Frau Bürgermeisterin. Jetzt kommen wir zum Rathaus. Es sei denn, es taucht noch ein Notfall auf. Oh, jetzt haben wir einen Notfall am Rathaus, Ryder. Es ist Chikaletta. Sie baumelt ganz weit oben und könnte runterfallen. Schon auf dem Weg. Marshal, fahr deinen Wagen vor den Rathausturm. Ich kann's kaum erwarten. Und Chase, halte dein Netz bereit, falls Chikaletta runterfällt. Ein klarer Fall für Chase. Die Paw Patrol ist da, um dich zu retten. Leiter. Keine Angst, Chikaletta. Ich bin gleich bei dir. Oh, oh. Oh, je. Chase, dein Netz. Netz. Chikaletta, zum Glück geht es dir gut. Oh, Ryder. Dankeschön. Kein Problem. Wer immer uns braucht, gibt einfach nur laut. Aber, ähm, wieso sollten wir ursprünglich alle herkommen? Oh, deswegen. Ich erkläre den heutigen Tag offiziell zum Paw Patrol Ehrentag. Überraschung. Hip, hip, hurra. Hip, hip, hurra. Aber wieso? Weil ihr Opa gerettet habt. Und Wolli. Und nicht zu vergessen Chikaletta. Das sind drei Rettungen an nur einem Tag. Hört ihr? Alle finden, dass ihr sehr brave Fellfreunde seid. Huah. Danke, dass ihr gekommen seid, Ryder. Das ist doch klar, Alex. Für Brandschutz hat die Paw Patrol immer Zeit. Toll. Was wollen wir tun? Die wichtigste Regel zuerst. Man darf nur Feuer machen, wenn ein Erwachsener dabei ist. Sehr richtig. Gut, und jetzt suchen wir einen Platz für unser Feuer. Aber es darf nichts Brennbares in der Nähe sein. Wie zum Beispiel herabhängende Äste. Hm, wie wäre es hier drüben? Hier ist alles frei. Sieht perfekt aus, Alex. Und jetzt wird es lustig. Wir müssen ein Loch graben. Für den Brandschutz graben wir ein Loch und legen Steine da rum. Dann kann der Wind auch keine Funken in den Wald wehen. Buddeln ist mein Ding. Riff. Schaufel. Buddeln macht Spaß. Ja, Spaß. Entschuldigung, Mr. Porter. Und was jetzt, Marschall? Wir machen eine Feuerschneise. Aber wieso machst du eine Feuerschneise, wenn das Feuer noch nicht mal brennt? So ist das nicht gemeint, Alex. Eine Feuerschneise gehört zum Brandschutz dazu und ist sehr wichtig. Es darf nichts Brennbares in der Nähe des geplanten Feuers liegen. Riff. Schaufel. Gute Arbeit, Freunde. Jetzt kommt der beste Teil. Du meinst das Mittagessen? Nicht ganz. Man sollte immer Wassergriff bereit haben, um löschen zu können. Wuff, wuff. Wasserkanone. Und wenn man kein Wasser hat, kann man auch Sand benutzen. Sand? Können wir jetzt Feuer machen? Marschall? Gesicherte Feuerstelle? In Ordnung. Feuergrube gegraben? In Ordnung. Feuerschneise geräumt? In Ordnung. Sand besorgt? In Ordnung. Wasser steht bereit. Es kann losgehen. Ja! Ryder, hast du das Holz? Alles bereit. Schöne, trockene Äste, die ich hier im Zeltlager gesammelt habe. Also gut. Mr. Porter, Sie können das Feuer jetzt anzünden. Okidoki, Marschall. Ja, es ist gut. So macht man ein sicheres Feuer. Und jetzt kommt der wichtigste Teil, wie man das Feuer wieder löscht. Ich bin bereit. Sollte ein Feuer außer Kontrolle geraten, muss man sofort die 112 anrufen. Und sogar das kleinste Lagerfeuer muss immer ganz sicher gelöscht sein. Wuff, wuff. Cool. Man kann Sand benutzen, um ein Feuer zu löschen. Stimmt. Sand und Wasser ersticken kleinere Feuer sofort. Jetzt noch ein Eimer Wasser darüber. Stochere in der Asche herum und sieh nach, ob noch Glut oder Rauch zu sehen ist. Wenn nicht, ist das Feuer ganz sicher gelöscht. Ist es jetzt gelöscht? Ganz sicher aus. Alex, hiermit verleihe ich dir dein Pfadfinder-Brandschutz-Abzeichen. Toll. Hurra. Das ist mein Alex. Gut gemacht. Aber gab es nicht auch ein Festmahl-Abzeichen? Oh ja. Mein nächstes Abzeichen. Könnt ihr bleiben und mit uns essen, Ryder? Sehr gern, Alex. Chili ist fertig. Wer will? Weißt du, was toll zu Chili passt? Leberwurstchen! Da habt ihr aber Glück, Fellfreunde. Ein Rehkitz. Pass auf! Pusik! Es hat die Glut verstreut. Gut, dass Rubble die Feuerschneise gemacht hat. So kann nichts Feuer fangen. Alex, benutze dein Brandschutzwissen. Schnell! Stimmt! Äh, Wasser! Sand! Der Sand und das Wasser werden die Glut sofort ersticken. Ich glaube, es ist alles gelöscht. Ich rieche etwas. Wie... Frau! Ich gehe schon. Rubble, mach das rucki-zucki. Ruff! Schaufel! Sieht aus. Und riecht, als wäre es aus. Ich durchstochere die Asche, um sicher zu gehen. Gut gemacht, Alex. Toll, dass ich gerade so viel über Brandschutz gelernt habe. Danke, Paw Patrol. Wenn du mal wieder Hilfe beim Brandschutz brauchst, gib einfach nur laut. Ganz genau. Was seid ihr doch für brave Pfadfinder, Fellfreunde. Hier drüben sind wir. Wenn wir versuchen auszusteigen, rutscht der Wagen ab. Keine Sorge, Mr. Porter. Wir sichern ihren Lieferwagen sofort ab. Chase, wir brauchen deine Seilwinde. Uh, uh, Seilwinde. Jetzt kann der Wagen nicht mehr runterfallen. Können wir jetzt aussteigen? Noch nicht. Ich will kein Risiko eingehen. Sky, lass bitte das Gurtzeug runter. Verstanden, Ryder. Gleich bist du in Sicherheit, Alex. Hui! Ich bin super, Alex. Ich bin super, Opa. Juhu! Danke, Sky. Chase, bitte zieh den Wagen vom Abgrund weg zurück auf die Straße. Wird sofort erledigt, Ryder. Seilwinde einziehen. Opa, der Pizzateig. Oh, 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 oh. Wie soll ich denn jetzt deine Opa-Gesicht-Pizza backen ohne Teig? Keine Sorge, Freunde. Wir holen den Teig zurück. Sky, siehst du mit deiner Spezialbrille die Kiste mit Pizzateig? Ich sehe mich mal um. Der Reifen muss gewechselt werden. Rocky, du weißt, was zu tun ist. Ich kümmere mich darum, Ryder. Ryder, ich hab den Teig gefunden. Gute Arbeit, Sky. Einen Augenblick. Da ist Garby. Und er läuft direkt auf den Pizzateig zu. Oh nein, die Pizzaparty. Jemand muss sich abseilen und den Teig schnappen, bevor Garby ihn frisst. Dann ist es jetzt Zeit für Super Ryder. Ich schätze, das stimmt. Nicht so schnell. Zieh mich hoch, Sky. Nein, Garby. Nicht reinbeißen. Lass los, Garby. Ich hab eine Idee. Wie wäre es mit einem Salami-Leckerli? Gut gefangen. Zieh mich hoch, Sky. Verstanden, Ryder. Juhu. Super Ryder. Ja, Super Ryder. Du hast den Pizzateig gerettet. Und den Lieferwagen. Wer einen Reifenwechsel braucht oder wem eine Ziege den Pizzateig klaut, gibt einfach laut. Der Reifen ist gewechselt, Ryder. Gut gemacht, Rocky. Jetzt können wir alle zur Pizzaparty fahren. Hurra! Aber vorher vergewissern wir uns, dass die Straße für alle sicher ist. Und ich weiß auch schon, wer uns helfen kann. Hallo, Everest. Hallo, Ryder. Kommt ihr auch zu unserer Pizzaparty? Sobald du mit deinem Schneepflug die Straße geräumt hast, damit wir es alle den Berg hoch schaffen. Kein Problem. Eis und Schnee sind mein Metier. Hey, auu. Los, Everest. Juhu. Everest. Ja, super, Everest! Die Passstraße nach oben ist geräumt, Ryder. Perfekt, Everest. Dann fahren wir hoch. Holen wir auch den Rest der Paw Patrol zur Party. Hallo, Fellfreunde! Wer möchte Pizza? Ich möchte! Ich hab Hunger! Oh, ja! Dann kommt alle rauf zu Jakes Hütte zur besten Pizza-Party aller Zeiten. Ja! Oh, Maufi, es ist soweit. Wir melden uns zum Dienst. Ja! Pizzasauce. Frisch geriebener Käse. Greif an! Einige Salami-Leckerlis. Und vielleicht ein paar echte Salami-Scheiben auf diese hier. Hier kommt mehr Feuerholz, Jake! Hey, danke, Freunde! Und hier kommt meine Opa-Gesicht-Pizza! Ziemlich gut getroffen, Alex! Oh, oh! Wie wär's mit Peperoni-Salami-Augen! Und einem breiten, käsigen, lächeln! Ha, 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 ha! Opa-Gesicht-Pizza! Wir wollen ihn so lecker! Ja! Die Paw Patrol! Das wird ein Riesenspaß! Hoffentlich seid ihr beide nicht so enttäuscht, dass ihr den Tag nicht mit eurer Tante Bürgermeisterin verbringt! Los! Juhu! Oh! Alles klar! Juhu-Oh! 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 Juhu! Juhu-oh! Vielen Dank, Marshall! Das ist der beste Tag aller Zeiten! Wir wollen noch mehr Spaß! Wie wäre es mit Verstecken spielen? Ja, wir lieben Versteckenspielen. Niemand versteckt sich besser als ich. Gut, ich werde suchen. Versteckt euch. Bereit? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn. Versteckt oder nicht? Ich komme. Oh, toll! Wahnsinn! Und da ist Marshall. Gute Arbeit, Ryder. Wow, das ist ja so cool hier. Da, eine Rutsche. Ich zuerst. Also, wo sind die Zwillinge? Hm, ob sie oben in der Zentrale sind? Gehen wir nachsehen. Ja, ich zuerst. Julia? Julius? Kommt raus, kommt raus, wo immer ihr seid. Wenn sie nicht hier sind, wo sind sie dann? Oh nein, sie fahren mit Zuma's Luftkissenboot und sie steuern direkt auf einen Sturm zu. Sky, du folgst den Zwillingen. Zuma, du kommst mit mir. Paw Patrol, der Einsatz läuft! Juhu, ja! Juhu, ja! Swimmer! Ja, Swimmer! Na, Paw Patrol, Paw Patrol! Juhu, ja! Die Zwillen sind ja hoch! Vielleicht etwas zu hoch? Ryder, ich hab die Zwillinge gefunden. Beeilt euch! Hier kommen, Sky. Rettungsweste aktivieren. Da, da oben ist Sky. Keine Angst, da kommt Ryder. Ryder, hilf uns! Die Wälen sind so hoch. Wir kommen nicht nah genug heran. Julia, Julius, ich brauche eure Hilfe. Was sollen wir tun? Ihr müsst den Rettungsring auswerfen. Seht ihr den Knopf? Ich hab ihn. Bereit? Drückt drauf! Ja, gut gemacht, Zuma. Wir haben es geschafft. Jetzt bringen wir euch zurück an Land. Ja! Juhu! Hallo, Tante Bürgermeisterin! Hallo, Chikoletta! Meine herzallerliebsten Zwillinge, wie war euer Tag bei der Paw Patrol? So was von cool! Wir haben das Teufel-Versteckspiel aller Zeiten gespielt. Die Paw Patrol ist beim Suchen echt unschlagbar. Wenn ihr mal wieder gefunden werden wollt, gebt einfach nur laut. Bereit für eine letzte Runde? Eins, zwei, drei. Hab ich euch! Gefunden! Hängt ihr rum? Du kannst rauskommen, Rubble! Hey, da sehe ich doch! Die seltene Riesen-Ozeanschneckel! Viel besser! Das Paw Patrol-U-Mobil rettet uns! Ryder? Wir sind so froh, euch zu sehen! Halten Sie durch! Wir werden versuchen, Sie nach oben zu ziehen! Rettungsarm! Festgehakt! Dann los! Ja, geschafft! Geschafft! Gut, Captain Turbett, Ihre Tauchkugel ist wieder frei! Jaha! Großartig! Dann suchen wir jetzt unsere Riesen-Ozeanschneckel! Das klang aber gar nicht gut! Die Kugel hat ein Leck! Wir laufen mit Wasser voll! Wir müssen auftauchen! Und zwar schnell! Oh nein! Sie lässt sich nicht mehr steuern! Schalten Sie den Motor ab, Captain! Ohne das Lenkruder ist die Kugel bewegungsunfähig! Aha! Ich habe eine Idee! Rocky! Du musst zur Tauchkugel runterkommen! Schnell! Verstanden, Ryder! Ich trau mich auch bestimmt gleich! Na spring, du schaffst das! Siehst du, so schlimm ist es gar nicht! Wie fühlst du dich? Gut! Und ziemlich nass! 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 Ich verstehe! Lasst uns tauchen! Oh, also dann los! Orazio! Was sollen wir nun tun? Ryder ist unterwegs. Er wird die Steuerung reparieren. Ha! François Turbo wartet auf niemanden! Nicht, François? Die Steuerung ist kaputt! Ei, ei, ei! Abschalten! Die Paw Patrol ist da! Wie gut, dass wir gewartet haben! Fertig? Ha! Fantastisch! Fahren wir! Oh, no, no, no! Mein Magen! Er hält dieses Geschaukeln nicht aus! Juhu! Hurra, Orazio! Es geht auf, auf und... Warte! Die Riesen-Ozeanschnecke! Mein Foto! Ich bin gespannt, wie lange sie zum Auftauchen brauchen! Nicht schon wieder! Hey, kleiner Wal! Wie wäre es, wenn wir zusammen spielen? Hui! Danke, kleiner, großer Freund! Wer hat Lust auf Volleyball? Ich, 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 ich! Ryder, wir danken euch, dass ihr uns aus der Bucht gerettet habt! Kein Problem! Wer immer uns braucht, gibt einfach nur laut! Sieh dir nur das fantastische Foto an, das ich von der seltenen Riesen-Ozeanschnecke geschossen hab! Ähm, was ist das? Oh, blöfig! Das ist mein Daumen! Hm, mach doch nichts, François! Meins ist ja was geworden! Wow! Tolles Foto, Captain! Wer hat Lust auf ein Spiel? Wir natürlich! Ist ja fast wie in der Hängematte hier!